Fägelei! 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 Was soll das heißen? Sie können Fägelei nicht finden. Jetzt suchen Sie ihn eben. Ich will Fägelein sehen. Zerfahrt! Wenn er sich ohne Befehle entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Er ist nicht in der Bunkeranlage.